Das Kaio macht grad immer den Sprung, der ist voll gut. Oh mein Gott, ich war drauf, ich war drauf, ich geh da jetzt rauf. Boah, das Kaio! NEIN! Fug. Wollen wir sagen, dass wir nach der Challenge erstmal ne Pause machen? Also ich hab keinen Bock, auch ne Pause zu machen. Na? Nee, also ich kann ruhig weiter aufnehmen, also... NEIN! Mich stört's nicht, ich mein, wenn ihr euch schon zu sehr getrollt fühlt... NEIN, ich wollt, ich dachte nur, ihr habt jetzt keine Lust mehr oder so. Also wirklich, nur wegen der einen Challenge soll ich jetzt keine Lust mehr haben? Oder meinst du wegen den anderen 5 Challenges, wo ich nur verkackt habe? Nein, eben hast du dich so ein bisschen aufgeregt. Wegen dem Turm. Ja, hallo, der Turm ist doch abnormal. Jui, was machst du eigentlich? Du fliegst ja. Ich fliege gar nicht. Du schummelst, Jui. Oh, guck, das ist total assi. Guck. Bäm. Hä? Ohhhhhhhh. Wir können ja bitte professionell bleiben und ohne cheaten. Wir sind schon lange nicht mehr professionell. Doch, doch, ich bin die ganze Zeit professionell. Schlagen dürfen wir, aber nicht cheaten, das ist asozial. Ups, ich hab den... Den untersten Block abgebaut. Äh, wir können trotzdem drauf. So. Da hat einer geklopft. Ja, da hat jemand geklopft, aber ich werde nicht antworten. So. So, Moment mal. Descario, willst du nicht aufgeben? Nein, ich gebe nicht auf. Aber du kannst ruhig weiter bauen. Ich mach ganz kurz was. Bis gleich. Ne, kleine Scherz. So. Einfach mal weiter hier. So, jetzt mach. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Jetzt kann ich die Stimme meiner Mutter rausschneiden. So. Wie nervig. Jetzt hab ich noch mehr zu bearbeiten, Leute. Nicht nur die Parts, die ich gerade mache, sondern... Oh, noch die Stimme meiner Mutter. Äh. Alter, schießt mich doch nicht mit Pfeilen. Der schießt mich mit Pfeilen ab. Nein. Schon die ganze Zeit. Alter, ernsthaft? Ich greff euch doch gar nicht. Ich schieß da vorbei. Oh Mann, ich schaff nicht mal mehr den Sprung hier jetzt. Ich habe fertig. Ne, ne, also das war nur beim ersten Mal lustig. Hopp. Das ist aber gar nicht gesehen. Ähnlich, das interessiert mich auch nicht. Hopp. Nimmst du immer noch mit Zoratex auf? Ja. J-Bar, du machst das. Du machst das. Ich war genau so weit. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. So. Fertig. Gemacht. Und runter. Oh mein Gott. Wasserstatt. Kein Bock mehr hier. So. Soll ich mal aufschreiben irgendwo? Ja, schreibe auf. Er hat einen Minuspunkt bekommen. Du bist nur noch bei 3 Punkten. Wieso? Ich habe keinen Minuspunkt bekommen gerade. So nett. Hast du einen nett aufgegeben? Achso, du hast ja... Du hast ja gar nicht aufgegeben. Du bleibst das hier. Sui hat aufgegeben, ne? Was? Die Nippelsprünge? Ach, gar keiner hat eigentlich aufgegeben. Ja, aber keiner hat's geschafft. Außer du. Ja. Ja, eigentlich haben wir beide aufgegeben. Sui und ich. Also Minuspunkt für uns beide. Ne, gar nichts. Ne, gar nichts. Alter, ernster Sui. Soll ich jetzt nur testen. Ja, komm, geh nach Hause. Ich bin zu Hause, ich nehme von da auf. Ich nicht. Na doch, ich nehme schon bei mir. Ach, nein. Boah, jetzt springe ich zu weit. Ich habe eine Kiste gefunden. Du kleiner Mongo. Ja, komm ran. So, Moment mal. Oh mein Gott, wie lange nehmen wir schon auf? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Das wird eine Monster-Session hier. Ah, Mann. Ich komme nicht mehr auf die Leute rein. Alter, ernsthaft, Sui, hör auf. Ich will als erstes hoch. Der Sui wird nach einer Zeit asozial auf. Ach, wirklich? Ja, dann beim Let's Battle, ne? Er selbst da keine Teams mit anderen Teams bilden. Und dann macht er selbst. Komm schon. Mann, guck mal, das ist so. Ich will doch nur hier hoch. Wieso schlagst du mich denn? Was schlagst du mich? Hey, das war ich gar nicht. Hast du es nicht gesehen, wie Lizkariot das dauert? Auf Russisch-Akzent. Darauf steht doch Lizkariot. Oh Mann, du bist gemein. Und nein, ich stehe nicht auf Russisch-Akzent. Wie war's? Schneller. Ich, ich, nein. Wie kommst du denn da rauf? Wolltest du auch nicht. Hab ich dir nicht erzählt, ne? Nee. Nee. Wir haben nur telefoniert dabei. Ja. Ich spreng immer da drüber. Über den Kackstimm. Ja. Nee, also ich nicht. Alter! Aragondon, ernsthaft? Ich hab dir doch nichts gemacht, du kleiner. Du kleiner. Nein, ich war drauf. Hooligan. Hooligan. Nein, ich schränk immer drüber. Das ist so scheiße. Ja, man, Baby. Ja, man, Baby. Das ist geil. Ja, man, Baby. Oh, lass es jetzt! Dauerfeuer, ey. Oh, Mann. Nein! Mann, schaut wie weit ich war. Schaut wie weit ich war. Ich bin der Superstar. Oh, nee. Oh, Maschko. Dauerfeuer. 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 Komm schon, lass es jetzt. Ja, ich bin auf dem Nippel drauf! Sagen wir so, ähm... Jetzt bin ich runtergefallen! Du übersteuerst, Junge. So, nee. Ich kann euch sagen, warum wir alle etwas unprofessionär sind. Es ist halb zwölf. Ja, okay, das stimmt. Abends. Morgens wäre ja auch ein gutes Dauerfeuer. Ja, das könnte auch schlimm sein. Der hat seinen Hunger. Ach, deswegen wirst du so. Du wirst immer zu Diva. Da gibt's so eine Werbung. Ja! Nimm den Snicker. Du wirst zu Diva. Nein, das ist kein Produkt-Placement. Wir verdienen beide, also beide Kanäle, verdienen noch kein Geld mit YouTube. Ja, stimmt. Oh, Mann. Ich spring immer über den Nippel. Das tust du auch im Real Life immer. Ich spring über meinen eigenen Nippel. Nein! Oh, du springst wieder in die Richtung! Alter, Leute! Schieß doch den Sui ab! Der Typ da, der schwitzt einfach nur! Ich hab keine Pfeile mehr. Der schwitzt fein kackend! Nein! Ich will als erstes drauf. Kill ihn! Kill ihn! Dann geh hoch! Dann geh hoch! Nein! Niemals! Okay, ich werd ihn halten! Du gehst durch! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Hör auf! Du fängst! Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn! Das war aber schon zu spät! Halt ihn! Halt ihn! Nein! Ich bin zu weit gesprungen! Über den Nippel! Alter, wirklich! Der hat dich runtergeschlagen! Alter, ich bin auch runtergefallen! Wegen dir, Sui! Voll Assoziat! Wegen dir, Sui! So doll, Alter! Geh aus dem Game Mode! Halt mal bitte auf den Nippel! Ich bin doch aus dem Game Mode! Bist du doof? Nein! Nein! Penner Gesicht, Junge! Deine Mama! Ich kann die Sinne bespringen nicht! Die sind so... Wo bist du aus dem Game Mode raus? Ich bin wirklich aus dem Game Mode! Istario, schlag den mal einmal, bitte! Ja, okay, mach mal! Okay, ich schlage ihn einen Moment! Halt ihn um! Ja, guck! Ja, er ist außerhalb des Game Modes! Aber du genauso, glaube ich, oder? Ich kann nicht schlagen! Das war nur ein Test! Ja, hast du recht gehabt! Also, das finde ich gut, Sui! Ich würde einfach mal sagen, Reconnecten! Reconnecten! Nee! Oh, ich finde das so witzig! Nein, jetzt bin ich auf dem weiten Server! Auf welchem? Auf meinem? Nee, ich bin jetzt... Da war ich nicht... Das ganze gekruppelt hier durch das Wasser! Das ist immer so langsam! Nein! Mh! Okay, jetzt kann ich dich schlagen! Alter! Ohne sch... Mh! Ohne Scheiß jetzt! Irgendwann spei ich Feuer! Geil, das will ich sehen! Oh my god! Ja, genau! Bei der Gamescom habe ich Feuer gespeit! Verstehst du? Ja! Da haben wir uns... Spiele gesnakt... Hm! Gesnakt? Hast du geklaut? Oh, Entschuldigung Aragonton! Ich wollte Sui termin... dein Oberteil schon wieder gecheatet, weil ich hab deine Oberteile in meinem Inventar. Nein, ich hab's nicht gecheatet, es lag da unten. Nein, lag es nicht. Klar. Nein, ich hab nämlich deins in meinem Inventar. Nein, das ist Jay's. Nein. Hä, ich hab doch selbst eins an. Oh man, das ist aber nicht meins. Doch. Nein. Doch. Du Schwuchtel, nein. Doch. Er hat mich geschimpft, das gibt nen Kick. Und auf meinem Server gleich ein Bun. Fertig. Schaut nach oben, der Koffer. Ach man, ich will das jetzt mal schaffen, ich komm immer nur zum dritten Nippel. Ich komm immer bis zur Leiter davor, aber dann... Ja, kuck ich ab. So weit. Ja. Ich komm nicht mal bis zum zweiten Sprung. Die Ohren entweißen. Da bitteschön, jetzt schaffst du, jetzt schaffst du. Jetzt hör auf, Alter. So weit kam ich nie, das mach ich jetzt nochmal. Alter, da will ich hin, ich war noch nie so weit. Voll asozial, Alter. Kann ich warten. So weit war ich noch nicht. Ja, hallo. Ey, Sui. Ey, der Kopf ist auch weg. Stopp, ey, ey, ey. Einmal hast du schon gesummelt, das ist Minuspunkt. Ne, gleich schaffst. Ne, ich will jetzt einfach mal hier machen. Runter, runter, runter. Mann, oh. Mann, ich hab ja keinen Bock, wer jetzt war hier. Legst du dich mit falsches Mann an? Falsches Mann? Falsches Mann? Mit Haftbefehl. Alter, wie klopst du denn auf deine Tasten drauf? Oh Gott, like a boss, like a boss, boss, boss. Nein, Sui. Ich mach nichts, ich mach nichts. Moment, Moment. Leute, darf ich da jetzt schieben? Ich war da oben. Nö. Komm schon. Jetzt, Sui Tak, lauf. Schwimm. Ich war da oben. Ich war da oben. Das musst du selbst wissen dafür bekommen. Boah. Das war Aragondon, nicht ich. Das war Aragondon. Alter, Sui. Sui. Ja, schau einfach in die Richtung. Ich hab gerade Aragondon schlagen wollen. Sui, ernsthaft. Ja. Oha, du wolltest mich schlagen. Du kriegst auch noch einen von mir aus. Mann. Da, ich schlage ihn eh schon von hinten. Da, ich schlage von hinten. Ich schlage von hinten. Danke, das ist gut. Da kann ich Sui töten. Scheiße. Er hat dich gekillt, Junge. Ey, wie oft hab ich den Game Mode hier? Game Mode, Game Mode, Game Mode, Game Mode. Ich weiß nicht, wie oft bist du im Game Mode? Wie oft schummelst du, ne? Immer. Nein! Oh, nee. Ich halt's nicht mehr aus. Ohne Scheiß jetzt. Darf ich meine Emirates wieder haben, Sui? Nur die Emirates. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Okay. Will meine Emirates wieder haben. Da liegen die doch. Äh, Alter, du hast gerade wieder was eingesammelt, Sui. Was denn? Schau mal genauer in den Tag. Was denn denn? Pränke. Hast du neue eingesammelt. Ach, Mann! Ich kann Sui auch nicht schlagen, wieder. Reconnecten, bitte. Ey, so weit war ich noch nie. Das war Adagong mit seinem Pfeil. Ohne Scheiß. Ich hab gar keinen Pfeil mehr. Ja, na, sicherst du einen Pfeil. Ich hab nur einen Pfeil. Was, Plistario? Ich hab den Bogen. Ja, ne, aber er ist im Creative. Ja, im Äh, der ist, gehört sein. Deine Kanacki dirtuellement sind Deine Katze. Ich meine, überst 5. Team-Aату, gar nicht das Relativуляion zu firms. Und ich bin, was los, ich muss leyend waren. 청 für euch das im miel ist im Horror. Das ist ein, was, wird dio. Lied cooler, ich weiß, ich will, ist schon letztendlich. Ich will, was ich mir übergeben. Das ist, wenn ich über das mit lame. Und ich kanns nicht 싫 Sofiaken. Und ich dedicated jetzt ein cách zu vielversellymana Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was werde ich denn geschlagen? Du benutzt den Checkpoint. Das ist nicht erlaubt. Stirb, Junge. Du benutzt den Checkpoint. Das ist nicht erlaubt, aber dabei benutze ich ihn selbst. Jetzt ohne Scheiß, Sui, keine Checkpoints mehr. Verstehen! Sonst würde ich wirklich dazu raten, dass wir jetzt eine Pause machen. Ja, wollte ich ja auch, dass wir eine Pause machen, weil wir machen jetzt zu viel schon scheiße. Weißt du? Zu viel, wir sind drei Leute. Weißt du? Zu viel Scheiße. Zu viel. Wir sind immer noch drei. Er sagte zu viel. Ich sagte zu viel, zu viel. Ernsthaft, jetzt zuietag, jetzt reicht's. Ey, was sind die Menschen? Woher? Woher? Das ist ein gutes Ende. Los, kill him! Kill him! Oh yeah! So, das war ein gutes Ende. Oh, f*** ich! So, das ist jetzt Ende für die Aufnahme, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Bannen an Aragondon. An Aragondon, ja. Ja, an Jay. Und, Moment, ich erledige die Stage noch. Ja, erledigt. Dankeschön. Ich bin gebannt. Ich bin gebannt. Und zwar sogar noch alle drei Diamanten genommen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Liscario. Euer NAD. Der NAD.